Hallo und Willkommen zurück bei Elder Scrolls. Wir waren hier mit dem König Kurok unterwegs und wollten jetzt hier die Festung einnehmen. Oder infiltrieren. Auf jeden Fall hinlaufen. Ha! Seht ihr die Katapulte feuern? Ich bin erstaunt, dass die Türme solchen Einschlägen standhalten können. Die Bretonen müssen orkische Handwerker eingesetzt haben und die haben diesen Ort für die Ewigkeit gebaut. Aber keine Angst. Nicht mehr lange und diese Winterkinder werden keine Festung mehr haben, hinter der sie sich verstecken können. Was ist hier los? Kurok hat die Häuptlinge Wrodgas herbeigerufen, um die Winterkinder zu belagern. Eines unserer größten Ärgernisse sind diese Dornenherz-Monstrositäten. Für jede, die wir töten, tauchen gleich zwei weitere auf. Ich weiß, es muss eine Lösung dafür geben, aber wir kommen einfach nicht drauf. Wie sieht euer Plan aus? Wir müssen in die Festung hinein und herausfinden, wo sie diese Abscheulichkeiten heranzüchten. Aber diese verdammten Hapien! Wir kommen drei Schritte weit, ohne dabei zu Vogelfutter zu werden. Belagerungskommandant Dulf arbeitet an einem Plan. Ich hoffe an einen guten, um unser aller Willen. Okay, ich werde mit Dulf sprechen. Das ist das letzte Gefecht der Winterkinder. Wir haben die Dornenherzen, während Kurok sich überraschend, nicht wahr? Wir sind die Dornenherzen. Oh, ich schätze. Das könnte man Kurok glaubt. Vielleicht. Jetzt kommt Hapien. König und Ehre. Wo haben wir den Delfin? Zum Großen. Heil Kameraden. Wenn ihr den Alchemisten nicht findet und diese Nester zerstört, kommen wir nie hinein. Ihr habt ihn gehört. Für den König. Hä? Runter! Nein! Nein! Lass ihn gehen! Aaaaaaah! Fakt sieht aus, als könnt ihr Generator Dulf. Hilfe brauchen. Hehehe. Scheiß Hapien! Ihr? Ihr habt den König hergebracht? Dann herzlich willkommen in unserem Belagerungslager. Tut mir leid, dass ihr diesen verdammten Harpien bei ihrem Treiben zusehen musstet. Ich bin mir nicht sicher, ob König Kurok unter freiem Himmel herumlaufen sollte. Aber ich habe schon genug eigene Probleme, um die ich mich kümmern muss. Wie kann ich helfen? Wenn ihr Vogelfutter werden wollt, werde ich euch nicht aufhalten. Und nachdem wir noch mehr Soldaten an die Harpien verloren haben, bin ich bereit, jede Hilfe anzunehmen, die ich kriegen kann. Außerdem ist alles besser als das, was die kleine Waldelfin erreichen konnte. Kleine Waldelfin? Wir haben sie mit einem Trupp Orcs reingeschickt, um sich um die Harpiennester auf dem Turm zu kümmern. Wir dachten uns, wenn die Nester erstmal brennen, ist das Ablenkung genug, dass noch ein Trupp hineinkann, um den Dornenherzen ein Ende zu machen. Aber beide Trupps sind spurlos verschwunden. Ich kann versuchen, euer vermisste Trupps zu finden. Ein Freiwilliger. Ich weiß diese Art von ein... Der Haupt. Ich habe meine Belagerungs... Die Zombies... Das denkt Alinon zumindest. So... Hupien! Trefft euch mit den Orc-Truppen. Ja gut, aber wie soll ich da reinkommen? Hier jetzt einfach durch, oder was? Ladet Sie Katapulte schneller, Soldaten! Hier haben Sie genau die Waren, die Sie haben wollen! Scheiß Hupien! Ich geh da mit mal rein hier, ey! Buff! Boah! Jetzt marschiert den König hier los, oder was? Na los, von innen du! Geht doch! Hupien! Boah! Jetzt flammen wir aber! Wollen wir hier ein, du! Dann los jetzt hier! Weg da! So! Ich hätte mich gut gehalten! Sehr schön! Sehr schön! So! Ich muss hier mal kurz hinladen! Na Elsa? Äh... Hupien! Gäbe ich dir mal einen der Schatten! Oh! Gesundheit! Danke! Ja! Warte, was war hier noch! Hupien! So! Nein! Ah, ihr könnt doch mal mit ihr rein, ja. Ich liebe den Geruch. Selbstverständlich. Essen ist für gewöhnlich bestehend. Ihr wisst, ich brauche die volle Unterstützung. Ach. Hopp. Meine Güte, wo es soll denn der eigene sein? Wo soll der denn sein? Ich gehe nochmal hier rum. Hopp. Hopp. Ich will nicht mit diesem Schusskönig sprechen. Ich muss jetzt rein marschieren, Junge. Ja, hier sieht es gut aus. Hier sieht es gut aus. Knüppel. Ja, hier sieht gut aus. Oh, merde.. Oh, ich bitte habe nur mit luego keinen enfrenten examination. Boah, ich scheiß hab hier nicht. Klasse, hab hier. Hab hier. Alter, gucken, wie ich da durchkomme. Spannung. Bluuu. Meint ihr mit Tars voll oder was? Oh, fuck. Na ja, wie ist die Gag? Gibt es noch was? Nö. Nö, 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 nö. Oh, ich hasse die Spiele. Warum kommen wir die eine auch da? Ah, platz. Vergiss er. Zack, mach schön. Schwere Wüstung. Hey, ich muss auch was ablegen. Hier, Feuerstein, weg. Zack. Ja, der weg. Gibt mir Rüstung weg. So. Wo ist die gleich jetzt hin? Hab hier. Zack, 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 zack. Oh, Mann. Sag das alles. Okay. Ich bin auf hier. kacke zack komm jetzt du bist du nicht mehr bau kacke kacke sieht aus als wäre verstärkung eingetroffen ja wer ist es ihr und der könig seit uns zur hilfe gekommen uns geehrt doch wir sind hier drin schon zu lange gefangen wir haben immer noch eine mission abzuschließen wir haben wieder einmal die fähigkeiten der kinder unterschätzt sie nahmen unsere witterung auf als wir die mauern überwanden harpien von oben winterkinder von allen seiten wir haben eine menge soldaten verloren bevor wir zuflucht in diesem turm suchen konnten wir brauchen einen bogenschützen in stellung um die harpien horte zu markieren damit unsere katapulte sie anvisieren und zerstören können wir haben all unsere bogenschützen verloren uns bleibt nur noch die waldelfe ich hoffe sie schießt so gut wie sie behauptet der ahnung wo die truppen die zweite trupp sein könnte unsere trupps haben sich aufgeteilt gleich nachdem wir in die festung kam sie beschützen den bretonischen alchemisten der der bedrohung durch die dornen herzen ein ende machen soll aber es spielt keine rolle ob sie lebendig oder tot sind wenn wir uns nicht zuerst um die harpien kümmern habe ich helfen wenn er uns einen weg durch den turm frei machen können können wir die elfin in position bringen damit sie ihre signalpfeiler abschließen kann dann können die katapulte ihre arbeit machen wir müssen uns beeilen wir haben schon zu viel zeit verloren als klar was ich natürlich wenn ihr mittendrin sein was hätte mein dinge ja auch 1037 ordnachstil ich bin später immer verbessern so ich schaue mal hier kurz was hier oben ist sowieso aussieht nüsch ich komme auch für die oben nicht umgehen die dinge rande ich bin ich da in dem turm und da in dem turm na gut dann mache ich an der stelle den schnitt und wir sehen uns in der nächsten folge zur weitere belagerung also wie gesagt schüssen bis zum nächsten mal hat oder kommt zurück bei er scrolls die sind der jetzt noch dabei die höhen nester zu zerstören unser glück schaffend schaffend der Kinder der ist weg und er ist auch weg die stehen hier an Essen holen Harpien, ich komme. Ich bin der Schwulennest. Natürlich ganz oben. Und sonst. Harpien. Keine Zeit für Beschwerden. Wir haben eine Mission abzuschließen. In Ordnung, in Ordnung. Na, Figer Ork. Sag mir einfach, wann ich schießen soll. Heftige Windböen, fliegende Föder. Schieße der Pfeiler. Harpien. Achso, das war es jetzt hier. Da brennen die Harpien. Schaut, wie es brennt. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Kapien. So, der andere ist hier oben rüber. Nippel, Junge. Oh, hat er ein Schild ausgepackt. Der Sticher. Und weggelebt hier. Der Jäbel. Hier ist der Kämpfer. Was? Ich nehme das, ihr Stricker. Zack, zack, zack. Was? Ich kann den Scheiß-Experte-Experte nicht nehmen? Oh, das kann ich denn dafür mal weghauen. hier weg die bdx hier das ex hier des lebens eine haupt hier und der punkt der schulden legen zack zack hey achso ah mein inventar ist voll ja klar hallo 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 sie sind wieder aufgestanden recht hoch ich liebe den geruch eines bella Junge 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 so jetzt aber jetzt ein Happien töten also die Nässe zerstören oh und der fällt wieder runter meine Fresse oh der Turm ist sicher gute Arbeit fremder fremder die Waldelfin ist gleich hinter mir so langsam habe ich dieses orkische Beschützergetue wirklich satt ja entschießt der fälltwebel denn nun hin wie der ist weg nun weiß ich warum Orsinium um Hilfe rufen ich lieb tja immerhin seid ihr noch hier gib mir bescheid wann ich das signal anzünden soll tut mir eingefangen zwei horte zerstört kein problem jetzt suchen wir den bretonen alchemisten ach du liebe zeit wo soll der denn sein wo soll der denn sein wo in der Nähe die Winterkinder wissen wie man eine Verteidigung aufbaut an dieser Schlacht wird man sich erinnern ja das wird man muss hier einmal rumlaufen wieder scheiß Winterkinder komm weg da ach was ach was was wir an den Trupp zugestoßen wir sollten warten bis die Nester zerstört sind ehe wir reingingen um die Quelle der Dornenherzen zu finden aber die Winterkinder haben uns gefunden sie haben die Soldaten überwältigt ich bin geflohen ich bin nicht stolz drauf aber ich lebe das ist alles was zählt bei so einer Mission jemand muss die Quelle der Dornenherzen vernichten und ich hatte es schon mal mit den Regmannen zu tun sie sind eine beinahe schon kranke Besessenheit von mir ich kenne ihren Glauben und die Art wie sie mit der Natur im Einklang sind diese Dornenherzen sie sind so natürlich wie ihr und ich ich habe da so eine Ahnung doch ich muss es gibt ja bla 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 schafft in das immerweil der Festung so hier vorne durch die Tür hier die Sorge hier hier glaube ich bin doch keiner auch gut ihr habt ihn gefunden für sich ab ich bin die Frostprofestung wann wollen wir ihnen mal zeigen wer in Bratgar wirklich was sagen hat kommt kommt folgt mir wenn meine Vermutungen zutreffen sollte unsere Suche reibungslos ablaufen wir werden hier unten alle sterben oder haltet die Augen offen wir suchen nach einer Pflanze oder Wurzel etwas zu passen das hier etwas 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 unpassendes etwas wie das hier naja so Reckmann bla 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 nein nicht direkt ich habe voll ich habe noch die wir die die der Oh Gott, Knüppel, Knüppel, Knüppel! Das ist dick! Junge, 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 Junge! Junge an! Jedenk. Ja! Boah! Oh, wie machen wir noch? Ich bin mit dir. ja gut hier soll nur einiges nicht mit mir hintergehör läufst du was und stirbst lasst den baum nicht sterben haltet sie auf wer sie dick junge zu dem scheiß busch an da husch husche busch die 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 haben es echt in sich, Alter. Das ist dick, Junge. Zack. Ach, hier geht es ja noch hinten rein. Lass uns. Du, Heslon. Muss gar nicht wegkommen. Ich bin dir fast sicher. Zudel so ein. Ja, das Feuer. Ja, das Feuer. Zack, zack, zack. So, der ist weg. Ihr kämpft weiter, obwohl ihr... Ihr haltet. Was habt ihr? Natürlich bleibt ihr ihr könnt. Blah, blah, blah. Hier, die da... I'm a douche. Kehrt zu, Alion zurück. Alles klar. So, gammeln die hier rum? Oben. Die müssen jetzt hier irgendwo rumgammeln. Da seht ihr schon. Oh. Okay. Pff. Ich fühle mich zu blöd. Natürlich. Was ist denn jetzt kaputt? Was stimmt denn jetzt nicht? Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt kaputt? Hä? Wie ist es ein bisschen, äh... Was fragt? So, dann gehe ich da nochmal raus hier. Stehen geblieben hier, oder was? Ja. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Zu... EOS Cross Online. Tschüss, Leute.